Hallo und herzlich Willkommen zu SVS 19 TV. Mein Name ist Tim Perkowitsch und jetzt viel Spaß mit dem Vorbericht zu dem Spiel SV Strahlen gegen den SC Wiedenbrück. Wie geht es dir nach dem erfolgreichen Spieltag gegen Oberhausen? Ja, war richtig gut, gerade jetzt auch mit der Länderspielpause. Auf der einen Seite über Wind hat man dann quasi zwei Wochen mit so einem guten Ergebnis, auf der anderen Seite muss man ja auch immer aufpassen. Länderspielpause sind ja auch immer für Trainerentlassungen gut. Wie habt ihr die Zeit jetzt genutzt? Ja, sinnvoll, regenerativ in erster Linie. Wir haben Freitag, Samstag, Sonntag auch noch mal Pause gemacht, sodass die Jungs sich auch ausruhen können, sodass wir in dieser Woche auch noch mal voll durchstarten können. Jetzt gegen Wiedenbrück, was erwartet uns da? Ja, ein vermeintlich schwächerer Gegner, den ich vor der Saison etwas oben eingeschätzt hätte. Und das macht die Sache ja umso gefährlicher, weil wir aufpassen müssen und nicht in Übermut schwenken müssen. Doch eine Sache zu der Atmosphäre, das ist ja jetzt auch Thema hier so in Strahlen. Möchtest du noch mal zwei, drei Worte dazu verlieren bei dem Spiel gegen Oberhausen? Ja, die war sensationell. Die Unterstützung ist eigentlich immer sensationell. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir jetzt auch schon wieder eine oder vielleicht sogar zwei Fanbusse für Wiedenbrück haben, wo man zweieinhalb Stunden hinfährt und zu Hause, also mit dem Fanclub in Brücken und mit der Unterstützung hier vor Ort, ist das ein Top-Ding für uns. Danke Markus und viel Glück für Samstag. Carlet, lass uns mal ein bisschen teilhaben an euer Seelenleben im Moment in der Gruppe, im Team. Ja, ich hatte die Frage letztens schon mal gestellt bekommen und da habe ich es auch schon gesagt, also Seelenleben in der Mannschaft bei uns ist super. Nach der Hinrunde und nach dem ersten Spieltag der Rückrunde kann man mehr als zufrieden sein. Passt alles, Jungs ziehen super mit. Jetzt nochmal zwei Wochen Gas geben und dann freuen wir uns auf die Winterpause, nochmal Kräfte mobilisieren und dann geht es ab in die Rückrunde. Habt ihr euch noch Ziele gesetzt für die letzten Spiele der Saison? Ja, was heißt Ziele gesetzt? Am liebsten natürlich alle Spiele noch gewinnen, das ist klar. Mal gucken, was am Ende dabei rausspringt. Wir haben jetzt ja noch zwei weitere Auswärtsspiele in Wiedenbrück, in Rödinghausen, das Heimspiel gegen Düsseldorf und da wollen wir noch ein paar Punkte holen und dann uns in die Weihnachtspause verabschieden und dann mit voller Kraft in die Rückrunde starten. Ja, David, zum ersten Mal bei SVS19TV. Die erste Frage an dich, wie wurdest du aufgenommen in Strahlen? Ja, super. Also von den Kollegen, vom Umfeld, vom Trainerstab, von den Betreuern erst recht. Also wirklich toll. Man hat immer den Eindruck, dass ihr in der Kabine oft miteinander sprecht und dann in der zweiten Halbzeit nochmal richtig Gas gebt. Ist da irgendwie was dran, dass ihr euch selbst nochmal motiviert als Team? Ja, also die letzten Spiele war ich jetzt nicht in der Halbzeitpause in der Kabine. Ich weiß nicht, was der Trainer da gesagt hat. Aber wenn man in der ersten Halbzeit Mängel erkennt, dann ist ja klar, dass man in der Halbzeitpause da was zu sagt und dass man das in der zweiten Halbzeit ändern möchte, klar. Was habt ihr noch für Ziele jetzt in dem Jahr? Das Jahr neigt sich jetzt fast dem Ende zu. Unser erstes Ziel ist Nicht-Abstieg und wir waren aber auch schon mal oben dabei, Vierter. Und da träumt man vielleicht mal so den einen oder anderen Gedanken. Aber wie gesagt, Hauptziel ist, drin zu bleiben und alles andere wäre eine Überraschung, wäre Bonus. Untertitelung des ZDF, 2020